Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer, wie ich finde, besonders chilligen Podcast-Folge. Hat mir echt super viel Spaß gemacht, mich mit Sebastian Harner zu unterhalten. Auf YouTube bekannt als Skate702 und das schon seit beeindruckenden elf Jahren. Er ist wirklich ein Urgestein in der deutschen Let's Play-Szene und er ist Informatiker. Und an der Stelle muss ich auch eine Warnung aussprechen. Es ist ein Gespräch zwischen zwei Informatikern und manchmal so ein bisschen Richtung Informatik und Informatikforschung entglitten, aber hoffentlich nicht allzu sehr. Wir haben über alle möglichen Themen gesprochen, zum Beispiel über Sebastians geheimen Musik-YouTube-Kanal und über die Entscheidung, die er so in seinem Leben getroffen hat. Er hat sich schon lange vor dem Studium mit Informatik beschäftigt und da stellt sich ja als Informatiker dann immer die Frage, muss man das überhaupt studieren? Und wenn man den Bachelor macht, stellt sich die Frage, sollte man noch einen Master machen? Und wenn man den Master macht, stellt sich auf jeden Fall ganz stark die Frage, ob es sich lohnt, einen Doktor zu machen. Selbst als Informatiker ohne YouTube-Kanal gäbe es da jede Menge Alternativen. Deswegen umso spannender die Gründe zu hören, warum Sebastian sich gerade für die Wissenschaft, für die Informatikforschung entschieden hat. Hoffentlich gefällt euch das Gespräch genauso gut wie mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist. Und ja, wie geht's dir? Die Frage habe ich schon fast vorbereitet. Gut, heute war ein echt abwechslungsreicher Tag, aber auch ein bisschen anstrengend. Also ich bin jetzt schon ein bisschen fertig, aber ich freue mich auf die nächsten vier Stunden. Ja, du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du auch alle möglichen Themen hast, über die wir sprechen können und dass du den Abend frei hast. Also gute Ansage, bin ich sehr gespannt, wie viele Podcast-Folgen wir hier produzieren werden oder eine sehr lange. Du bist ja auch quasi ein perfekter Gesprächspartner für diesen Podcast. Ich wurde es auch mehrmals angefragt in den Kommentaren, wenn ich frage, wer soll noch kommen. Say Skate702 unbedingt in deinen Podcast. Ich muss gestehen, ich habe dich kennengelernt quasi, als ich meinen YouTube-Kanal gegründet habe. Also vor einem Jahr ungefähr, da bin ich in diese ganze deutsche YouTube-Welt eingetaucht und kannte vorher eigentlich nichts, was es da so gibt. Und habe dann ein bisschen geguckt, natürlich gerade Informatikstudium, damit habe ich ja viel angefangen. Und da hast du ja nicht nur Videos, du machst bisher hauptsächlich Let's Play, aber du hast ein paar Videos, gerade diese Podcast-Reihe Wild True zum Informatikstudium gemacht. Die habe ich dann natürlich gefunden und gesehen, was es da sonst so gibt. Und dann kam vor gar nicht so langer Zeit ein Video, was ich ganz spannend fand, nämlich dieses Video, dass du sagst, hey, ich höre jetzt quasi auf mit YouTube. Es war so eine Art Abschiedsvideo. Es war im Prinzip, dass du nicht Vollzeit-YouTube machen willst. Also aufwendig, toll produziertes Video, können wir auch noch drüber sprechen. Und das hat mich sehr interessiert, denn ich selbst habe da, glaube ich, in zwei Hinsichten genau den gegenteiligen Hintergrund. Als du einmal sagst, du in deinen Videos, dass du schon ganz lange dich für Informatik interessiert hast und das eigentlich so ein bisschen klar war, dass du in die Richtung gehen willst. Bei mir sage ich immer in meinen Videos, ich habe das so als ganz späte Leidenschaft entdeckt. Ich bin quasi so ganz zufällig in die Informatik-Uni-Compus in der Uni angekommen und habe plötzlich gemerkt, hey, das ist ja wirklich total toll. Und dann bin ich so richtig, habe ich mich ganz toll dafür interessiert und eine große Leidenschaft entwickelt, aber eben erst an der Uni. Und dachte dann, mein ganzes Bachelorstudium, ich werde Professor, Informatik-Professor. Das ist also, auch meine Kommitoren meinten immer, ja, Doktor, machst du bestimmt und so. Und dann habe ich den Master gemacht, habe ich den zweiten Master gemacht, habe lange studiert. Aber dann habe ich mich abwerben lassen in die berühmte Industrie. Ich habe erst mal angefangen als Softwareentwickler, dachte, ja, vielleicht gehe ich nochmal zurück. Vielleicht mache ich den Doktor irgendwann noch. Ist aber so ein bisschen in die Ferne gerückt und dann kam diese YouTube-Welt. Und ich so, boah, das ist genau mein Ding, das macht so viel Spaß. Das ist jetzt, das finde ich eigentlich noch viel besser als meinen Beruf, den ich sonst habe. Und jetzt YouTube-Videos, total klasse, vielleicht mache ich das irgendwann Vollzeit. Und dann kommt das Video von dir, dass du jetzt genau das quasi ja alles durch hast. Du bist eine Legende, gehörst hier schon zum, wie sagt man das, zur Einrichtung der YouTube-Landschaft. Seit 2010 machst du deine Let's Plays, hast das alles durcherzählt, wie die dich da in schwarzen Limmons abholen. Du den YouTube-CEO triffst in VIP-Areas. Du sitzt diese ganze Influencer-Promileben, könnte man fast sagen, durchaus über 4000 Videos. Und jetzt sagst du nein, du willst wirklich Informatiker bleiben und werden, gehst in die Forschung und machst jetzt deinen Doktor am KIT. Und das ist ja wirklich perfekt für dieses Gespräch und für die Zuschauer. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe so diese ganzen, es ist keine Frage gewesen, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf deine Gedanken, die Reise. Du hast echt eine Menge, eine Menge Themen jetzt gerade angerissen, über die wir reden können. Also da war irgendwie, habe ich rausgehört, Promotion versus einen richtigen Job oder auch so ein bisschen auch meine Geschichte. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es, ich würde behaupten, sogar mit die spannendste Zeit, wo wir uns jetzt gerade unterhalten, weil ich habe, also jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, wird morgen mein letztes Let's Play-Video online kommen. Also ich habe jetzt... Der letzte Firma. Ja, nach elf Jahren. Ist aufgenommen, ich habe es gestern geschnitten. Gänsehaut. Ja, war ein bisschen emotional, also jetzt auch so ein bisschen drüber zu reden. Ja, also ich habe mich wirklich dagegen entschieden, YouTube weiterzumachen. Das ist eine ganze Menge von Gründen. Ich habe mich gezielt für Promovieren entschieden. Informatik an sich war bei mir aber tatsächlich überhaupt kein so ein Zufallsfund. Also ich habe, ich glaube mit zwölf oder so, hat mir meinen Vater mal einen Laptop hingestellt und gesagt, so als lernst du programmieren. So ungefähr hat das bei mir angefangen. Das war visualbasic.net 2005, glaube ich. Also ganz altes Microsoft-Eisen quasi. Und ich habe dann immer weiter programmiert. Das war so unglaublich spannend für mich. Ich habe so kleine Tools entwickelt. So Dinge, die mir irgendwelche Sachen automatisieren. Irgendwie mir aufzählen, welche Dateien in Ordnung sind. Oder mir, irgendwann habe ich dann auch ein bisschen Webseiten programmieren gelernt. Und die mir irgendwelche coolen Webseiten programmieren. Und also ich habe dann gemerkt, aha, HTML kann man automatisch generieren, wenn man andere sah. Also ich meine, ich war irgendwie 14 oder so. Das waren ganz andere Erkenntnisse. Aber für mich war das wirklich krass. Ich hatte kein Internet, aber ich hatte ein Buch dazu. Und ich hatte die Gewusst-Wie-Anleitung von Microsoft. Quasi die unliebsam zusammengepassten Hilfedateien. Darüber habe ich programmieren gelernt. Und dann in der Schule natürlich Informatik eher ein Fremdwort. Ich hatte Glück, dass ich so einen alten Hasen als Lehrer hatte. Der eigentlich Mathelehrer war, aber sich halt dafür interessiert hat, Informatik neu. Und der dann Informatiklehrer war, der mich auch unterstützt hat. Also ich habe dann irgendwann die Schulwebsite gebaut oder sowas. Und bin immer weiter Informatik treu geblieben. Und ja, als es dann Abi hieß, natürlich Informatik. Konnte leider nicht als Hauptfach nehmen, weil die Sachen schon anders belegt waren und so weiter. Aber trotzdem erst AG und dann in der Oberstufe gab es es bei uns tatsächlich schon. Und ja, dann direkt ans KIT. Also es war bei mir wirklich, es war nicht so, als wäre es alternativenlos gewesen. Ich hatte zum Beispiel mein Abi in Musik gemacht. Also Musikstudium wäre meine zweite Option gewesen. Aber Informatik war schon sehr deutlich auf Platz eins. Und ja, das ist jetzt zehn Jahre her. Das ist wahrscheinlich auch gruselig. Wir haben glaube ich, wann, also ja, du hast 2012, hattest du gesagt, angefangen. Ich habe 2011 angefangen, habe aber auch, hatte in der Schule eine Klasse übersprungen. Also wir sind so ungefähr ein Jahrgang da. Das ist ein bisschen gruselig, ne? Das ist plötzlich so die zehn, zehn Jahre. Noch so einer. Welche hast du übersprungen? Äh, ich habe die dritte Klasse übersprungen. Ich konnte. Die zweite. Du hast die zweite übersprungen, okay. Ja, okay, sehr spannend. Dann konnten wir beide schon besser das Einmaleins oder irgendwas man auch immer da gerade macht. Ja, bei mir war so quasi, wenn man so seinen Skilltree verteilt, ich hatte zwei Punkte plus in Mathe, dafür fünf Punkte minus in Sozialem. Also es war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es, als ich dann von der zweiten in die dritte hochgestuft wurde, dann war es das mit meinem Ruf. Da war ich der, der komische Streber, der ein Jahr zu Junge. Ja, das ist, ey, also was wird das hier für eine Podcast-Folge, können wir uns ehrlich unterhalten, das ist ja auch noch eine spannende Gemeinsamkeit. Ja, ich habe quasi zwei Jahre an einer Grundschule gemacht, dann haben sich alle geeinigt, dass es keine gute Idee ist, dass ich an dieser Grundschule bleibe. Ich wurde da quasi gegangen und bin dann in die vierte Klasse an einer anderen Grundschule gewechselt und hatte da auch weiterhin ziemlich große Disziplinprobleme, muss ich sagen. Vor allem als junger Schüler und bin nicht so gut klargekommen mit den Lehrern. Die Lehrer sind nicht so gut mit mir klargekommen und irgendwann hat es sich gebessert in den späteren Gymnasiumsjahren, aber ja, es war auch immer so ein bisschen so eine Sonderrolle. Spannend. Aber jetzt erzähl, vielleicht, wir müssen ja irgendwo starten, erzähl nochmal ein bisschen von dieser Reise, gerade vielleicht für die, die dich nicht kennen, diese Let's Play-Geschichte 2010. 2010 sehr früh warst du dabei, gerade aus einem deutschen YouTuber, ich glaube, selbst insgesamt sehr früh dabei in dieser Let's Play-Szene und das hat sich dann ja irgendwann, das muss ja sehr eskaliert sein, es ist ein großer Kanal geworden. Wie hat sich das angefühlt? Wie ist das passiert? Also auch wieder so ein Thema, da sind so viele Fragen in einem. Wie sich das angefühlt, da ist sicherlich was, wo wir nachher mal drauf zurückkommen sollten, weil ich meine, du hast jetzt deinen Erfolg, sag ich mal, auf YouTube mit, okay, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, ich sag mal Mitte 20, schätze ich jetzt einfach mal. Ich bin zu über 20. Okay, ich auch. Wo du schon gefestigter bist, ja. Wenn du das mit 18 hast oder mit 19, da bist du noch ein bisschen flapsiger, ein bisschen jugendlicher. Also das ist sicherlich was Spannendes zu erzählen, aber ja, ich habe 2009 so die ersten Let's Player entdeckt, das war ja so eine Szene, die ganz frisch erst rüber geschwappt ist aus Amerika. Die großen, also wirklich die großen der Szene hatten so 3.000, 4.000 Abonnenten und wir haben sie vergöttert. Also das war bevor Kronk überhaupt Minecraft Let's Players gemacht hat, also das war wirklich so ganz, ganz früh und ich bin dann so in so eine, damals hatte man natürlich Skype, klar, in so eine Skype Szene reingerutscht, wo wir irgendwie immer den ganzen Tag zusammen gechillt hatten und dann hatte der erste irgendwie 100 Abonnenten und das war der pure Wahnsinn. Das war ja schon fast so viel wie die 4.000, also Zahlen, wo man heute drüber lacht, wenn man sieht, dass Leute irgendwie Millionen Abonnenten haben. Ja, aber ich fand das einfach super spannend, weil das war noch bevor ich Minecraft entdeckt hatte und ich habe damals schon sehr gerne gesprochen, also ich bin kein großartiger Sprecher so, der irgendwie krasse Reden halten kann oder so, aber ich spreche sehr gerne, ich erzähle sehr gerne. Ich versuche auch gerne gleichzeitig zu unterhalten, aber auch Wissen weiterzugeben so und das war für mich Let's Plays genau das Richtige. Damit ich glaube 43 Abonnenten oder sowas hatte ich dann Minecraft entdeckt und ja in diesem Video, was du schon zitiert hast, haben wir gesagt, der Rest ist Geschichte, weil tatsächlich dann ging es Schlag auf Schlag. Also hat trotzdem irgendwie ja noch Jahre gedauert bis zu den ersten 1.000 Abonnenten, aber dann hat es irgendwann begonnen, so die ersten deutschen Minecraft Großprojekte, Megaprojekt Varro sind so vielleicht Begriffe, die man sogar außerhalb der Minecraft Szene schon mal gehört hat und dann immer weiter gewachsen. So nach einem Megaprojekt hatte ich auf einmal doppelt so viele Abonnenten und dann mit der Zeit, das ist jetzt nochmal fast forward vier Jahre später, habe ich dann bemerkt, oh, ich interessiere mich ja so, zu der Zeit habe ich schon studiert, das war alles schon während dem Studium. Ich interessiere mich ja nicht nur für Minecraft als Spiel, sondern auch für Minecraft quasi als Baukasten. Das war so die erste Zeit, wo Leute angefangen haben, auch wirklich aktiv in Minecraft zu programmieren, zu modden und daraus ist dann die Modding-Szene entwickelt und ich habe dann irgendwo so mein Talent gesehen, das war dann so Ende Bachelor schon. Und dann, dass ich ja voll gut mich mit komplexen Mods, wo ich auch gar keine Ahnung von habe, aber mich einfach quasi nach vorne scheitern, so Dinge teilweise tun, die davor noch fast nie jemand getan hat, rumprobieren, neue Sachen in Minecraft erfinden und dazu Videos machen. Und das war sozusagen die Hype-Zeit, also so 2015, 16, 17, 18 war das so. Und ja, zwischenzeitlich habe ich natürlich auch gedacht, so das wird jetzt das Ding, für was studiere ich eigentlich noch? Irgendwie habe ich nie gedacht, so das ist es wert abzubrechen, so ich mache das jetzt Vollzeit, ich gebe auf, so Studium ist es nicht wert, so ich habe das bis zum Ende durchgezogen. Und erst so am Anfang vom Master wurde dann klar, ey, ich will nicht nur nicht Vollzeit YouTube machen, sondern ich will auch danach die Uni gar nicht verlassen. Mir gefällt es ja eigentlich, ich finde nicht nur die Informatik als solches so spannend, sondern ich finde auch, dass dieses ultra-cleane, methodische Vorgehen der Wissenschaft, das, was viele wahrscheinlich als undenkbar und trocken ansehen, sich hunderte Seiten Paper durchlesen und dann so das kleine bisschen Quintessenz draufpacken. Google Scholar zeigt ja auch an, hier auf Schultern von Riesen, das ist ja der Spruch, der mal angezeigt wird, also auf Jahrzehnte von Arbeit anderer noch mal ein klein bisschen was draufsetzen, eine neue Erkenntnis und das dann veröffentlichen, dann weitergehen, ohne dass dir irgendjemand sagen kann, was du tust. Ein bisschen das, was wir damals in Minecraft auch gemacht haben, wenn man so will. Das habe ich dann für mich entdeckt und ja, dann hat sich irgendwie alles ergeben und jetzt bin ich seit einem Jahr an der Uni. Ja, wow, das ist, das ist so spannend für mich, dass du da jetzt quasi, du hast es ja auch sicher diesen Weg mitgemacht, dass du es eben nicht immer klar war und dass du es sich dann irgendwann rauskristallisiert hast, dass da irgendwas ist, was diese Forschung dir bieten kann, was du, was YouTube und so, ja, so glamourös es sein kann. Eben nicht ersetzen kann, du bist ja trotzdem da unter diesen Doktoranden, bestimmt ein gewisser Exot oder eine gewisse Celebrity oder wie, also wie fühlt sich das, ich meine, einen großen YouTube-Kanal zu haben, ist ja schon was Besonderes und diese ganzen Erfahrungen gesammelt zu haben und ist was Besonderes und du bist ja auch jetzt noch aktiv, du bist in meinem Podcast, du machst Livestreams, ich habe gesehen, du bist immer noch regelmäßig live, Let's Plays willst du jetzt weniger machen, hast du gesagt, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, wie weit jetzt du da noch Content produzieren möchtest, aber es ist ja schon noch ein sehr großer Teil in deinem Leben, den ja viele andere Doktorenten gar nicht haben, die gehen da hin und die sagen, ich bin jetzt Doktorand und dann habe ich Freizeit, aber du hast ja dieses Ungetüm YouTube im Rücken, was sowas Positives ist, aber auch eine, ja, vielleicht fast eine Verpflichtung manchmal oder eine Last, von der du dich ein bisschen gelöst hast mit dieser Ansage, ich mache nicht Vollzeit YouTube, ich mache es nur nebenbei. Es war auch ein sehr großer Moment für dich, glaube ich, du hast es ein bisschen später noch analysiert, wie viel Arbeit du in dieses Video gesteckt hast, du hast es selbst aber vorgestellt, du hast ein Video zum Video gemacht, quasi, hinter den Kulissen, was da alles für Details kunstvoll eingebaut sind, also ein Riesenprojekt und ein ganz wichtiger Meilenstein ja für dich anscheinend zu sagen, das ist es jetzt, es ist raus, ich gehe offiziell in eine andere Richtung und habe jetzt so ein bisschen Narrenfreiheit vielleicht auch dadurch auf meinem Kanal und kann mal Content machen, wenn ich will, aber muss es halt. Ja, aber wieder, wieder mehrere Fragen in einem, die spannend sind zu beantworten, also es ist wirklich so, ein Meisterstück war das für mich, also es war wirklich so, elf Jahre YouTube, das ist das Video, wenn du danach kein Video mehr machst, ist das in Ordnung, es war wirklich, für mich war das, also ich meine, also mein YouTube-Kanal, der spielt halt, ich spiele da keine Rolle, also ich bin, so wie jetzt hier in diesem Interview, so würde ich mich auch mit meinen Freunden unterhalten, so wie ich meine Videos mache, so bin ich auch in echt. Was teilweise lustigerweise von Zuschauern auch manchmal ganz komisch aufgegriffen wird, wenn ich so in der Uni zum Beispiel erkannt werde und dann mich kurz unterhalte und so, hä, du bist ja wie in deinen Videos, also das, das wird manchmal gar nicht so angenommen und wenn man so seine Persönlichkeit so in den YouTube-Kanal packt, glaube ich, dann ist der halt auch ein wichtiger Teil von einem selbst. Also ich sehe YouTube überhaupt nicht als bürdig, ich sehe das so ein bisschen als Ventil und deswegen, ja, elf Jahre zusammenfassen, das ist schon heftig, also deswegen habe ich in dieses Video echt alles reingesteckt, das ist ohne jede Frage, das ist das Beste, zu was ich in der Lage bin, das war dieses Video. Und mit was ich jetzt tatsächlich aufgehört habe auf YouTube ist Let's Plays, also wie gesagt, nach unserem Gespräch morgen kommt die letzte Video, aber ich möchte nicht aufhören. Also Informatik finde ich immer noch spannend, ich finde lustigerweise auch sehr ähnliche Inhalte zu dir sehr spannend, so wie kann man Studierenden helfen, wie kann man Informatikkonzepte einfach erklären, sodass man sie auch ohne Abschluss versteht. Bei mir kommt jetzt noch Wissenschaftskommunikation drauf, was nochmal so ein unlösbar schweres Problem ist, dann noch unverständliche abstrakte Inhalte auch noch spannend und gut erklären zu können. Dazu kommt die ganze Coderei, also ich meine das, was ich damals mit 14 gebaut habe, diese kleinen Tools, das sind jetzt halt irgendwelche Open-Source-Projekte, die ich zusammen mit Zuschauern entwickle, das ist auch gleich geblieben. Und dazu dann noch das Livestreaming, also ich bin immer noch, ich bin auch noch viel da, aber ich möchte halt nicht mehr den Druck haben, so wie früher, das so zu machen. So, das ist vielleicht die erste Antwort und um noch auf deine andere Frage einzugehen, es ist schon was anderes in der Uni. Also der relevanteste Unterschied ist, glaube ich, dass ich überraschend oft auf dem Campus erkannt werde. Also das, ich habe das nicht kommen sehen, ich dachte so, ja, let's play, also damals war es halt eine richtige Hype-Zeit, da war das so, du gehst auf die Gamescom, gehst hinter Halle 8, das war immer so, Halle 8 war der Autogrammpunkt und so zu Varro-Zeiten, dass ich die 100.000 geknackt hatte. Es hat halt drei Stunden lang Autogramme gegeben, also es war wirklich ein absolut surreales Feeling für einen, keine Ahnung, Anfang 20-Jährigen damals. Und ich dachte so, jetzt nachdem dieser Hype vorbei ist, das hat sich ja die letzten Jahre auch schon angebahnt, dass ich zum alten Eisen quasi gehöre, aber nicht mehr zum populären alten Eisen, dass das wahrscheinlich nicht mehr so krass sein wird und dennoch werde ich fast jede Woche in der Uni erkannt. Also das ist so, das müsst ihr dir vorstellen, das ist ja wirklich keine, also ich meine, das KIT ist groß, aber nicht so groß. Und man muss erst mal nach Karlsruhe kommen, also es ist irgendwie so, dass ich so eine Nische bediene, das ist echt eigenartig. Gut, ich meine, du bist dann auch wirklich an einem Informatik-Campus, das ist natürlich wirklich, bist du an der Quelle. Weil ich, für mich ist das Ganze jetzt ja neu, in gewisser Weise, ich bin noch viel jünger in dieser Reise, aber es ging ja, ich habe sehr spät angefangen, bin in einer vielleicht gefestigteren Position in meinem Leben, als jetzt mit 18, das stimmt natürlich, aber es ging auch sehr schnell. Also vor einem guten Jahr hatte ich noch keinen YouTube-Kanal und dann relativ früh, nach einigen etlichen Monaten und dann vielleicht so bei 20.000 Abonnenten und so, wurde ich das erste Mal erkannt in der U-Bahn. Das Besondere daran ist aber auch, dass ich in London wohne. Das muss man sich mal klar machen, also wie unwahrscheinlich das ist, was für eine komische Situation es war. Und ich hatte eine Maske auf, sowieso, dieser ganze, diese ganze Kanal, diese ganze YouTube-Geschichte für mich findet ja nur in Corona statt. Vor Corona gab es ja diese Social-Media-Geschichte noch nicht. Dann wurde ich in der Bahn einmal erkannt und einmal vor zwei Monaten oder so wurde ich erkannt auf meinem Balkon. Einer von der Straße in London, wie gesagt, muss ich mal dazu sagen. In London genieße ich ja das Privileg eigentlich, dass es überhaupt nichts mit meinem YouTube-Kanal zu tun hat, weil es ja auf Deutsch ist. Aber da ist jemand aus der Straße, hat er gerufen, einen Informatikstudent, der hier am University College seinen Master macht und ist zufällig durch meine Straße gelaufen und hat mich auf dem Balkon entdeckt und mir zugerufen, hey Niklas, ich gucke deine YouTube-Videos. Also ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Bei dir ist es jetzt ja noch erklärbarer am Informatik-Campus, wenn das hier absolut unwahrscheinliche Anomalien waren, die mir da begegnet sind. Ja, also da habe ich echt schräge Geschichten in den letzten elf Jahren erlebt. Ich wurde einmal in Tokio erkannt. Okay, cool. Oder wenn du um ein Uhr nachts auf dem Bahnhof in Frankfurt, dieser Frankfurter Flughafen, dieser lange, tiefe, abgeschottete so ein bisschen, wenn du da nachts um ein Uhr hinterhergerufen bekommst, dann wird es schon langsam ein bisschen gruselig. Ja, das stimmt. Naja, auf dem eigenen Balkon, das kann auch so ein Geschmäckler haben, aber es war ein ganz netter Mensch, mit dem ich dann auf Instagram geschrieben habe. Und wir sind im Finsbury Park spazieren gegangen. Aber spannend, das ist natürlich, ich finde das total interessant, dass du dich eben so davon löst jetzt von diesem Kanal, dass es so etwas Ungezwungenes hat. Interessant ist daran aber ja, dass du ja, nehme ich an, trotzdem auch nicht unrelevant Geld verdienst mit dem Kanal. Das ist ja bestimmt immer noch eine Einkommensquelle. Und das ist ja leicht gesagt zu sagen, ich bin jetzt völlig unabhängig davon. Du hast nämlich selbst ein bisschen darüber gesprochen. Wenn man es hauptberuflich macht, dann ist es eben ganz stark immer bezogen auf die Klicks. Und es hat nicht so etwas Stabiles, man kriegt nicht einfach ein Guide ausgezahlt, sondern man hat natürlich immer einen ganz unmittelbaren Vor- und Nachteil, je nachdem, wie gut jedes Video performt. Und man guckt und man aktualisiert die Analytik-Seite und guckt, ja, wie kommt das jetzt an? Und oh, das Video ist ein bisschen schlechter als die anderen im Durchschnitt. Hoffentlich wird das noch ein bisschen nach. Vielleicht muss ich nochmal den Titel anpassen oder es läuft relativ gut und so weiter. Man kennt das. Und wie gut gelingt dir das jetzt mit so einem großen YouTube-Kanal, der wirklich Einkommen generiert und natürlich vielleicht einen gewissen Lebensstandard auch ermöglicht, zusätzlich zum Doktorandenguide? Wie gut gelingt dir das zu sagen, ja, ich bin da wirklich völlig losgelöst? Besser als man glaubt, würde ich tatsächlich sagen. Also ich habe so ungefähr ab 2016, 2017 konnte ich von meinen YouTube-Einnahmen leben. Das war so der Punkt. Natürlich nicht durch YouTube-Klicks an sich, das hätte nicht gereicht, aber halt Kooperationen, Partnerschaften. Ich meine, auch in einem Jahr, YouTube hast du ja, da habe ich auch schon gesehen, genug Erfahrungen gesammelt. Das hat gereicht zum Leben. Und damals, also insbesondere so mit dem Umzug, so eine größere Wohnung und so weiter, das war so das Level-Up im Lebensstandard. Aber nach wie vor, also das hier ist eine Drei-Zimmer-Wohnung mitten in Karlsruhe. Wir haben ein billiges, gebrauchtes Auto. Also ich, auch wenn ich zwei Jobs habe und zweimal verdiene, der größte Luxus, den wir uns leisten, ist, dass wir nur hochwertig einkaufen. Also viel Biomarkt, wenn Fleisch, dann wirklich gute Qualität. Also das ist so, Nahrung ist bei uns ein großer Ausgabepunkt, wo wir uns tatsächlich so ein bisschen Luxus leisten. Aber ansonsten, ich versuche die Einnahmen so zu halten, dass ich morgen kein Video mehr machen könnte. Meine Kanäle löschen und trotzdem keine finanziellen Probleme hätte. Und das funktioniert tatsächlich. Also ich meine, es ist ja allgemein bekannt, so Doktoranden verdienen nicht so wahnsinnig gut. Das ist oft ein Grund, der angebracht wird, wenn jemand sagt, ich möchte Doktorand werden, ich möchte promovieren. Hast du dir das gut überlegt, bis du das Geld raus, wieder rein hast, was du jetzt verlierst durch die Promotion? Das dauert einen Moment. Okay, aber der große Luxus ist ja auch, dass wir Informatiker oft eine Vollzeitstelle haben, was ja auch als Promovierender überhaupt keine Selbstständigkeit ist. Deswegen, wir leben von dem Gehalt, was ich in der Uni bekomme. Und YouTube ist so ein bisschen on top. Also ist natürlich nicht reingewinnen. Also ich habe ja auch manche Ausgaben, die ich sonst nicht hätte. Also jedes Mal, wenn ich mir überlege, was ich für Steuerberater und für equipment und was weiß ich was und dann steuern, möchte ich gar nicht erst anfangen. Also es ist natürlich nicht so, dass jeder Cent, der irgendwie subscribed wird oder von YouTube kommt, der dann natürlich auch bei mir bleibt. Und vor Corona-Zeiten waren da auch viel Reisen mit drin und solche Sachen, was natürlich auch alles samt Ausgaben sind. Von Strom möchten wir bitte gar nicht erst anfangen zu reden. Ich habe aufgehört, diese Rechnung zu hinterfragen. Ich zahle die einfach. Ja, also es kommt natürlich alles dazu. Aber ja, nee, also ich lege das zur Seite und mache mir gar keine so wahnsinnigen Gedanken drüber eigentlich. Also meine Kooperationen, die ich zum Beispiel jetzt aktuell auch habe mit meinen Partnern, die sind nicht nur finanzieller Natur, sondern auch, weil ich zum Beispiel an Equipment, an Hardware rankomme, bevor es auf dem Markt ist, Möglichkeiten habe, Einblicke zu bekommen in Dinge, die passieren, bevor sie alle mitbekommen. Ich finde das unglaublich spannend und gebe sehr gerne meine Expertise, die ich quasi gesammelt habe über all die Jahre. Also gerade Streaming-Equipment oder Grafikkarten sind so zwei der Themen, wo ich viel Videos mache, wenn es mal nicht um Informatik oder Studium oder sowas geht. Und ich gebe da gerne meine Zeit auch her, weil ich das super spannend finde. Und ja, dass man da nebenher ein bisschen Geld verdient, das ist ganz cool. Das ist auf jeden Fall ganz cool und ich denke aber auch so eine gewisse, naja, wenn man jetzt ganz stark nach finanziellem strebt, dann geht man eben auch nicht unbedingt den Weg der Promotion im Informatikbereich. Klar, volle Stelle ist nicht schlecht, aber das ist natürlich immer was, worüber Leute nachdenken. Die Industrie lockt mit wirklich sehr attraktiven Jobs, wo man jetzt auch nicht ganz viel arbeiten muss oder so, sondern wo man ganz gute Bedingungen hat und viel Geld verdienen kann. Und wie du schon sagtest, das ist auch immer so eine Frage, die kommt, ja, verdient man dann mehr mit dem Doktortitel und so weiter? Eine finanzielle Entscheidung ist es nicht, das kann man glaube ich ganz klar sagen. Also dass man jetzt nach den vier Jahren, die man da investiert, wenn man die wirklich in der Firma Berufserfahrung sammelt und da richtig Gas gibt, denke ich, ist das rein finanziell viel mehr. Selbst der Master, ich habe, als ich angefangen habe bei Facebook zu arbeiten, da hatte ich schon einen Master und habe deswegen 2000 Euro mehr verdient im Jahr. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und innerhalb eines Jahres kann man aber, wenn man sich Mühe gibt und das ganz gut macht, dann kann man, also innerhalb eines Jahres hat sich mein Gehalt gesteigert um 40.000 Pfund. Ja, also wenn wir das mal ins Verhältnis setzen. Schon fast ein Doktorandengehalt hier. Ja, und innerhalb von, also innerhalb von zwei Jahren Master wird das dann gewertscht, dass du sagst, hey, du verdienst 2000 mehr. Also es ist keine Entscheidung. Trotzdem empfehle ich immer das Masterstudium. Ich würde jedem sagen, mach ein Master. Ich habe zwei Master gemacht. Beste Entscheidung. Ist auch, das Studium schnell zu machen, wäre ein Riesenfehler. Rein spieltheoretisch, denn es ist ja so die berühmte beste Zeit im Leben. Und da dann möglichst schnell durchzugehen, das wäre einfach fatal, wenn man ganz viel Erfahrung auch verpasst. Ja, also ich sehe das genauso. Also erstens der Master war mit ganz großem Abstand der spannendste Teil des Studiums. Also das war nicht nur besser als der Bachelor, so das hatte ich schon vorhergesehen, gerade am Anfang von Bachelor, wo natürlich viel Mathe, viel Anstrengung, also die typischen, erst die Probleme, die ich eben natürlich auch hatte, die glaube ich jeder hat, egal wie gut er ist. Vielleicht die allerbesten nicht, aber alle anderen 99 Prozent. Und ich habe mir da schon viel Zeit gelassen, aber auch für einen Master. Also ich habe echt lange studiert, klar wegen YouTube, also das sowieso auch. Und ich sehe auch jetzt die Promotion tatsächlich so ein bisschen auch als Investition in mich. Also sicherlich nicht finanzieller Natur, aber so wie ich von diesen elf Jahren YouTube und den sieben, acht Jahren Studium, ich weiß es gar nicht, natürlich extrem profitiere von den ganzen Erfahrungen. So hoffe ich, dass ich so auch mal davon profitiere, mich vier bis sechs Jahre mit einem abstrakten und unlösbaren Problem umgeschlagen zu haben. Und ich meine, also ich habe mir das mal so überlegt, ich bin jetzt 27, nehmen wir mal an, dass ich in die Rente gehe, was auch immer die Rente in 40 Jahren ist, mit 67, dann habe ich 40 Jahre gearbeitet. Es macht auch keinen Unterschied, was ich die restlichen 90 Prozent meiner Arbeitszeit mache, da kann ich auch die ersten zehn Prozent an der Uni arbeiten. Also selbst wenn ich nach der Hälfte der Zeit sage, ey, das ist echt nicht so cool oder wenn ich am Ende sage, schön, ich habe jetzt einen glanzvollen Doktortitel, ich mache jetzt was ganz anderes, ich werde jetzt Gärtner. Es waren ja nur zehn Prozent, also ich habe nur 90 Prozent nach meinem Doktor vor mir. Also deswegen sinnvolle Investitionen, würde ich sagen. Nicht für jeden, aber für mich glaube ich schon. Ja und ich muss ja auch sagen, dass ich dieses Video von dir und wenn du das so erzählst, ja auch mit einer Spur, Neid ist falsch gesagt, aber vielleicht mit einer Spur Wehmut betrachte, denn natürlich könnte ich mich problemlos auch jetzt entscheiden, nochmal eine Promotion zu machen, aber es hat mir, also ich habe es lange sehr, sehr ernsthaft in Betracht gezogen. Ich glaube auch, dass es mir viel geben könnte, ich habe jetzt aber natürlich auch dieses, bin jetzt ganz neu, bin in einem ganz anderen Stadium, du hast diese ganze YouTube-Schiene quasi schon durch, hast ja schon ganz viel dich ausgetobt und ich habe das jetzt gerade entdeckt und bin auch sehr dankbar für diese Möglichkeit und das wäre jetzt natürlich, das ist natürlich eine ganz andere Abwägung, eine große Opportunity-Kost, wenn ich überlege, was kann ich jetzt hier in vier Jahren erreichen, vielleicht mit so einer Selbstständigkeit und was passiert mit der Zeit, wenn ich sie in einen Doktor stecke, das ist eine ganz schwierige Abwägung, weil ich das doch die letzten Jahre immer auch so ein bisschen mir innerlich offen gehalten habe, da ich sage, ja ich könnte ein paar Jahre in der Industrie arbeiten und dann vielleicht doch irgendwann nochmal zurück in die Forschung. Letztlich ist es aber auch, glaube ich, muss man da auch sagen, ist der Unterschied natürlich noch, dass ich zwar sehr Informatik begeistert bin, aber ist für mich nie, ich wurde nicht so früh rangeführt und es war für mich nicht so ein, du hattest auch die Musik, aber bei mir war es noch ein bisschen breiter gefächert, ich war sehr, sehr unsicher, was ich überhaupt machen will und finde zwar die Idee, den Doktor zu machen cool und Forschung zu machen cool, Aber was das dann wirklich heißt, sich vier Jahre in so einen ganz engen Bereich zu spezialisieren, das muss man auch, das muss man richtig wollen, das muss sich richtig gut anfühlen, beziehungsweise fast, als ich mit Professor Lemeschko damals gesprochen habe in einem Video, hat er gesagt, die Frage ist eher, ob man es nicht machen kann, ob man in der Lage ist zu sagen, ich gehe nicht in die Forschung, ich kann auch gut damit leben, das alles nicht zu machen, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige für dich. Das ist eine sehr gute Aussage, also wenn ich, ich habe mich gerade so überlegt, was antworte ich jetzt da drauf, weil für mich war es halt eine Tür, die sich, die nicht von Anfang an offen war, also nach dem Bachelor stand das noch nicht fest, auch nach der Bachelorarbeit, ich habe erst so am Anfang vom Master bemerkt, dass ich diese, also nicht nur Informatik als solche, sondern mein Spezialgebiet ist ja Softwarearchitektur oder Softwaretechnik, so der größere Bereich. Das habe ich erst recht spät, also auch erst vor meiner Masterarbeit hatte ich so das erste Gespräch mal mit meinem jetzigen Professor, also gut, damalig auch schon Professor, klar, halt da von meiner Masterarbeit und jetzt von meiner irgendwann Doktorarbeit. Und das war bei mir nicht so fest, aber diese Aussage, habe ich wirklich noch mit Alternativen gerechnet, als ich fertig war? Nein. Also es war wirklich, ich bin am Schluss in die Masterarbeit reingegangen und da war ich vollständig überzeugt schon, also auch die Masterarbeit, ich habe, das war auch so ein Meisterstück. Zusammen mit diesem Video, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, waren das so die definitiv aufwendigsten Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Aber danach war es wirklich Alternativen los. Am Anfang vom Master habe ich gedacht, ich werde noch ein, in Anführungszeichen, gewöhnlicher Softwareingenieur. Das war so mein Ding, so ein bisschen mehr Richtung Entwicklung. Gerne mit, sage ich mal, ein bisschen high-leveligeren Fragen. Also Softwarearchitektur fand ich damals schon spannend, aber das hat sich erst so ganz am Ende entwickelt. Und dann auch, also ich meine, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur jetzt mein spezielles Themenfeld. Ich denke, am Schluss, also das, was eine Promotion auch ausmacht, ist nicht, dass du jetzt in, also das, was ich erforsche, das ist am Schluss nicht die Qualität, was ich aus der Promotion rausziehe. Also klar, es ist dann am Schluss irgendwas, wo ich tatsächlich die Wissenschaft hoffentlich weitergebracht habe und wo ich, ja, Experte im Sinne des Wortes darin bin. Aber wirklich gelernt habe ich ja, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, die nicht, nicht mal vernünftig in Worte zu fassen sind, die abstrakt sind, die ungelöst sind. Wenn es schon jemanden gäbe, der die Antwort darauf hätte, wäre ich arbeitslos. Hier Einstein hat auch dieses wunderbare Zitat, wenn wir wüssten, was wir täten, wäre es keine Forschung. Und das ist, das ist so wahr. Ja, das glaube ich, das ist sehr spannend und ich finde es, wie gesagt, Professor Meshka hat es da auf den Kopf getroffen, wenn du, kannst du nicht forschen, das ist ja auch sehr beruhigend für die, die sich vielleicht, die das vielleicht hören und sich überlegen, ah, ich bin total unsicher, ob das das Richtige für mich ist und ich weiß nicht, ob ich es unbedingt einen Doktor machen soll, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt. Das Richtige ist, wie, wer hat das mit Kunst oder mit dem Buchschreiben verglichen, kannst du was anderes machen und viele Künstler oder vollblutige, hauptberufliche Schriftsteller, die sagen dann, nein, das ist meine Passion, das muss ich machen und dann muss es das auch sein. Also, um ja kurz reinzuschreiben, also ich möchte das noch gerade rücken, weil ich glaube, das macht gerade so ein bisschen den Eindruck, als wäre das meine Passion und mein Ein und Alle. Ich habe in der Zwischenzeit schon ganz oft darüber nachgedacht, abzubrechen, also ich möchte es nicht im falschen Licht stehen lassen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das durchziehe, aber das ist absolut nicht alternativenfrei, also es ist schon hart für mich. Wahrscheinlich auch wieder nicht für jeden, aber für mich ist es schon ein Stress auch, also diese große Ungewissheit, so langsam legt sich das, aber gerade so die ersten Monate, du wirst ein Themengefeld reingeworfen, wo gefühlt jeder mehr Ahnung hat als du und dann stolperst du dich da so voran, also ganz oft schon abends da, Sonntagabend so, alter, morgen geht es wieder los, was tust du dir eigentlich an? Das hält nie lang an, also ich bin echt glücklich da, wo ich bin und ich hoffe, das merkt man auch, wenn ich darüber rede, aber es soll wirklich nicht so rüberkommen, als wäre das bis jetzt schon, also ich bin auch schon in diesem einigen Jahr, wo ich jetzt an der Uni arbeite, schon tausendmal auf die Schnauze gefallen. Alle zwei Wochen ungefähr ändere ich das Diagramm, das quasi das Big Picture ist meiner Forschung, weil ich wieder erkannt habe, dass meine so unglaublich guten und ausgeklügelten Ideen vor zwei Wochen einfach gar nicht getaugt haben. Das scheint aber auf der anderen Seite auch irgendwie wieder normal zu sein, wenn man so mit Doktoranden spricht, das scheint so diese Dichotomie der Promotion zu sein, dass einerseits irgendwie die Voraussetzung ist, man muss unglaublich für das Fach und das man da macht brennen und andererseits fast jeder Doktorand, mit dem man spricht, ständig die Augen rollt und irgendwie denkt, oh Gott und die Promotion und dann alles geht nicht auf und vielleicht werfe ich alles hin und dann zieht es sich und dauert Jahre länger als geplant und die Stelle ist aber eigentlich schon zu Ende der Vertragung. Also das ist alles kein, kein Spaziergang im Park ist, das ist glaube ich, glaube ich klar, aber sehr, sehr cool und spannend und inspirierend, dass du das machst und das zu beobachten. War es für dich jetzt rückblickend natürlich dann notwendig, aber war es damals für dich klar, dass du wirklich Informatik studieren willst? Denn es gibt ja auch, ich habe gerade also viele jüngere Zuschauer, die sich vielleicht schon so richtig mit Informatik beschäftigen, die schon programmieren, lernen, eigene Apps schreiben, vielleicht freiberuflich tätig sind schon zu Schulzeiten, die dann fragen, soll ich überhaupt noch studieren? Ja, ich kann ja eigentlich schon, also ich beschäftige mich eigentlich schon mit Programmieren und Softwareentwicklung, kann damit arbeiten, ganz viele, die ganzen großen CEOs irgendwelcher Firmen haben auch alle nicht studiert, warum soll ich jetzt noch Informatik studieren? Was sind deine Gedanken dazu? Also ich glaube, so ein Studium zu machen, ist nicht nur das Fach, der Inhalt. Also hier auch nochmal, der Aufruf zum Master ist viel geiler als Bachelor. Also der Bachelor, nee, der Master ist es wert, den Bachelor durchzuziehen. Das ist schon mal die erste Aussage. Aber ansonsten, ich meine Studium, also gerade wenn man direkt aus der Schule kommt, bei mir ist das ja, es gibt ja keine Wehrpflicht mehr. Kein ziviles Jahr, ich war jung, ich hatte ja übersprungen. Ich bin mit 18 ein Viertel oder so, 18,5, so, habe ich angefangen zu studieren. Also wir machen immer, also ich habe viele Jahre die O-Phase für die Erstsemester begleitet als O-Phase-Tutor. Da haben wir immer Witze gemacht. Der erste Semester ist vor allem dafür da, um Wäsche machen und bügeln zu lernen. Und dann kommt Mathe. Das ist es ja eigentlich. Du kommst in eine komplett andere Stadt, du bist komplett allein, du lernst neue Freunde kennen. Mit vielen, wo ich jetzt auch nach dem Studium immer noch Kontakt habe. Auch noch ganz verrückte Geschichten, die da entstanden sind. Und es ist, glaube ich, auch hier wie beim Doktor. Wirst du nachher wirklich eingestellt, weil dein super heftiges Vertiefungsfach, dieses bisschen, was ich da jetzt erforsche, weil das so viel wert ist. Oder weil ich vier Jahre lang klinisch sauber Methoden angewandt habe und viel gelernt habe. Und so auch beim Studium, dass ich im Bachelor und Master viele Sachen gelernt habe, die mich auch interessieren oder teilweise auch nicht interessieren. Dann gibt es natürlich auch Sachen im Studium, wo ich, ich habe zum Beispiel mal ein Semester Medizinenformate gehört. Ey, das werde ich nicht wieder in meinem Leben brauchen. So wie man medizinische Bilder auswertet, um minimalinvasive Prozesse automatisieren zu können. So da habe ich dem Semester eine Vorlesung zu gehört. Warum? Weil ich noch drei Leistungspunkte gebraucht habe. Werde ich nie wieder brauchen. Schätze ich einfach mal, wer weiß. Aber die Skills, die du lernst und auch das, was du an Persönlichkeit entwickelst, das ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall wert. Ja, ich meine, ich sehe das genauso. Und es ist ja auch letztlich, muss man sagen, einfach eine unglaublich geile Zeit, das Studium. Und du hast es gesagt, du hast ganz viele coole Leute kennengelernt. Kurz off topic da. Du hast am KIT studiert 2012. 2012 bist du nicht genau im Jahrgang mit Cedric aka The Morpheus Tutorials gewesen? Interessante Frage. Lustigerweise habe ich ihn tatsächlich erst über einen Eck kennengelernt. Und zwar, weil wir glaube ich einen gemeinsamen Freund haben oder sowas übers KIT. Also ich wusste, dass er derjenige ist, der auch irgendwie, ich weiß nicht, ob in meinem Semester oder eins drüber drunter, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber der irgendwie so krasse Programmi-Tutorials macht. Und ich war derjenige, der so komische Minecraft-Videos macht. Aber lustigerweise haben wir erst wirklich mal Kontakt gehabt, erst vor einem Jahr oder so. Also wir haben quasi zehn Jahre dasselbe, also naja, YouTube-Videos und Informalistübungen nebenher gemacht. Mir war irgendwie bekannt, ja, den gibt es irgendwie, aber ich will gerade kein Python lernen. Deswegen lassen wir das mal beiseite, aber es ist echt, echt super cool auch, dass jemand so mit einer so ähnlichen Geschichte sogar in derselben Uni, vielleicht im selben Semesterstudio. Vielleicht auch nicht, aber am KIT auf jeden Fall, ja. Ja, dass der jetzt auch so solche Videos macht und was er macht, ist ja auch mega geil. Also mittlerweile so gucke ich es selber sehr gerne an. Ja, und er hat ja auch, er macht ja auch eine Transformation durch. Er hat so als reiner Tutorial-Kanal gestartet. Inzwischen ist sein Vlogs-Kanal eigentlich fast der Hauptkanal, so glaube ich, was so die Aufrufe und auch die Arbeit vielleicht hier da reinsteckt angeht. Und ja, jetzt, du scheinst dich ja auch jetzt so langsam dann den Informatik-YouTubern oder Wissens-YouTubern oder was auch immer diese Sparte ist anzuschließen, wenn du keine Let's Plays mehr machst. Bin ich auch sehr gespannt, was dann aus deiner Ecke kommt zum Thema Informatik oder Studium oder deiner Forschung vielleicht. Also das ist auch wirklich, wir sind da, wir sind zwar in der Nische so, aber in einer, die noch lange nicht besetzt ist. Also bei Let's Plays war das über die Jahre immer ein ganz heftiger Konkurrenzkampf. Also wirklich bis hin zu absurden Dingen, die da passiert sind. Um mal so eine kleine, um kurz zu zeigen, wie absurd Dinge sind, die in der Let's Plays-Szene aus Konkurrenz passiert sind. In Minecraft-Projekten baut man ja ganz oft, wenn man im Multiplayer spielt, so eine Stadt. Außer natürlich, man bieft sich vor der ersten Aufnahme so sehr, dass das Projekt gleich in zwei getrennten Städten beginnt, weil die Mitspieler sich da schon nicht mehr ausstehen können. Oder in Minecraft-Projekten ist es natürlich immer mega cool, die Häuser der anderen zu zeigen. Klar, was haben die gebaut so? Ein bisschen so wie, auch so ein bisschen so wie deine Podcast-Serie. Was machen denn eigentlich andere Leute? Das ist super spannend. Und in Minecraft ist es natürlich so, dass dann diese Videos unglaublich gut geklickt werden, weil du gehst rum und Haus für Haus zeigst du, was die anderen gemacht haben. Das ist dann aber so ausgeartet, dass so wirklich in Minecraft-Projekten, immer in der Mitte des Projekts, jeder solche Haustouren gemacht hat. Das heißt, du hast dann nicht mehr die eine Haustour gehabt, sondern du hast von 20 Mitgliedern aber mindestens 20 Haustouren gehabt. Meistens so, und was ist in der letzten Woche passiert? Ey, lass noch mal Haustour machen. Also, so ein absurder Konkurrenzkampf, wo wirklich, ich glaube, zu wenig Unterschied auch unter den einzelnen Videos war. Das war einfach zu ähnlicher Content. Mittlerweile hat sich das ja komplett verlaufen. Es gibt nicht mehr die eine Let's-Play-Szene. Das gab es früher noch, als das ganz klein war. Da kannte jeder jeden. Es gibt auch nicht mehr die eine Minecraft-Szene. Und in der Informatik auf YouTube, ich meine, man muss, glaube ich, so eine Grenze ziehen zum klassischen Technik-YouTuber, der Handys vorstellt und aktuelle Bildschirme oder ich weiß nicht sowas. Da habe ich immer erst gedacht, das ist quasi eigentlich meine Nische, aber das ist ja was komplett anderes, was Morpheus machen oder was du machst oder was ich mache. Oder zum Beispiel auch der Funk-Kanal Too Many Tabs, So Many Tabs ist mehr so IT und mehr unterhaltend, aber auch diese Richtung. Also irgendwie ein bisschen Informatik, ein bisschen Technik, ein bisschen Aktuelles, ein bisschen Studium bei dir und bei mir über den Podcast ja auch ein bisschen mit drin. Das ist eine interessante, aber wie man bei dir auch sieht, stark wachsende Nische hier gerade. Es ist ja nun, Cedric sagt auch immer, wenn ich mir schreibe, du bist ja eigentlich kein Informatik-YouTuber mehr. Also ich habe ja relativ strategisch auch mit so einer Informatik-Studiums-Nische angefangen. Das ist einfach ein natürliches Thema. Ich bin halt Informatiker, werde ich auch immer sein, wird auch immer mein Beispiel bleiben. Aber gerade im Moment mache ich hauptsächlich diese Podcast-Folgen und bin ja Diversity-YouTuber inzwischen geworden. Wollte ich auch immer sein, finde das total cool, dass ich da so über verschiedene Themen sprechen darf und die Leute trotzdem zuhören. Heute wird es natürlich eine riesen Informatik-Folge. Ich sehe auch schon Leute fragen, was ist überhaupt Minecraft und was Häuser touren und wo geht es hier überhaupt? Das ist einfach jetzt gerade eine Folge, die eine bestimmte Nische bedient und vielleicht ein Einblick in eine fremde Welt für den ganzen Rest. Aber in der nächsten Folge kommt dann wieder jemand völlig anderes aus den Sozialwissenschaften oder so. Und das ist ja auch schön und gut und spannend und gerade diese Interaktion und diese YouTuber-Szene, das finde ich eben auch total spannend. Ich habe auch den Eindruck, dass die deutsche YouTuber-Szene, was vielleicht dann sogar negativ sein kann, wie gesagt, im Let's-Play-Bereich, dass die relativ klein ist. Also dass es sehr viel Überschneidung gibt, dass die Leute sich relativ gut noch im Vergleich kennen. Ich meine, man muss bedenken, wenn man auf Englisch YouTube macht, dann ist das die ganze Welt. Das sind einfach Leute aus allen möglichen Ländern und wir sind nur ein Land. Das ist echt wenig im Vergleich. Also das ist diese Lokalität. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, du bist ja schon sehr lange dabei. Aber ich habe den Eindruck, dass da immer wieder mal jemand mit jemandem kollaboriert hat und dass man wahrscheinlich über zwei Ecken bei fast jedem YouTuber ist. Ja, das stimmt und die Szene ist auch so ein bisschen eigen. Das kommt ja irgendwie auch noch dazu. Ich kann das natürlich nicht bewerten, weil ich nie in anderen Sprachen Videos gemacht habe. Insbesondere keine Let's Plays. Aber was man, also gerade die internationale Szene, die hat teilweise natürlich auch deutlich heftigeren Content. Also das ist klar. Obwohl, man muss schon ehrlich sagen, also was wir teilweise in Deutschland machen mit Minecraft, das wird auch international gesehen. Also da, manche Trends oder sowas, die hier losgetreten werden. Zum Beispiel, als wir vor einem Jahr, das muss man sich auch vorstellen, Minecraft Hypes, alle sagen Minecraft ist tot, so jedes Jahr aufs Neue. Aber vor einem Jahr erst haben wir eine neue Staffel von einem Projekt gestartet und waren international so erfolgreich, dass wir irgendwie kurz das meistgestreamte Spiel auf Twitch waren. Also so, wo wir wirklich, wo Minecraft quasi tot auf Twitch stand, auf einmal wieder ganz oben und die ganze Welt denkt sich, hä, warum sind hier 20 Deutsche? Was machen die hier? Also es ist natürlich kleiner, aber die deutsche Szene ist schon nicht übel, falls es die Größe angeht. Hast du Lieblings-YouTuber selbst oder Vorbilder oder bist du einfach zu sehr ein Urgestein und warst einer der Ersten, als dass das überhaupt möglich wäre? Also eine Person, die mich wirklich viel geprägt hat in letzter Zeit ist MyLab. Ohne Frage, weil wenn man irgendwas mit Wissenschaftskontent auf YouTube auch nur drüber nachdenkt, ist man natürlich sofort bei ihrem Kanal. Und ich habe sie, ich kenne sie schon relativ lang, nicht seit Anfang an, aber auf jeden Fall, bevor sie so dieser große Hype kam mit den Corona-Videos und auch schon davor mit den wissenschaftlich geprüft. Und schon ganz am Anfang fand ich das so krass, also ich würde gerne in Videos so professionell auftreten können wie sie. Also mit so einer ausstrahlenden Expertise und ich meine, sie kocht auch nur mit Wasser. Also mittlerweile ist da vielleicht ein Team hinten dran, aber also es sich so auszudrücken und Dinge so präzise zu beschreiben und trotzdem nicht die ganze Zeit in Themen reinzustolpern, wo man eigentlich keine Ahnung hat. Oder wenn sie das tut, lässt sie es überhaupt nicht durchblicken, aber trotzdem ist das ganze Zeug fundiert. Ey, das ist, Wissenschaftskommunikation ist, ich habe es schon gesagt, echt ein Endgegner. Also ich habe jetzt gerade, wenn wir dieses Interview führen, habe ich jetzt am Wochenende auch ein anderes Video fertig geschnitten, wo ich über mein erstes Paper rede, meine erste wissenschaftliche Veröffentlichung. Und ich muss das Video zweimal aufnehmen, weil der erste Take irgendwie eineinhalb Stunden lang war und ich am Ende quasi gar nichts erklärt hatte und dann gesagt habe, okay, nee, stopp, alles löschen. Ich warte einen Tag, ich mache das nochmal alles nach vorne, weil ich nicht mal in der Lage bin, meine eigene Forschung innerhalb, also das zweite Video ist, glaube ich, in Ordnung. Aber es war trotzdem echt schwer, das in 15 Minuten auch nur reinzupressen, so die Basics zu erklären, was ich eigentlich in meiner Masterarbeit gemacht habe. Und das ist mein Fachgebiet. Also Wissenschaftskommunikation ist wahrscheinlich das Schwierigste, zu dem ich bis jetzt ein Video gemacht habe. Das glaube ich. Und ich wollte gerade fragen, du hast gesagt, wenn man sich, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, Wissenschaftskommunikation zu machen, dann muss man MyLab natürlich, hier kommt man an MyLab nicht vorbei. Klar, ganz tolle Videos. Und jetzt sagst du schon, du hast ein Video in der Pipeline. Jetzt können wir mal ein bisschen auf die Probe stellen und dich ein bisschen über deine Forschung sprechen lassen, aber in noch viel weniger Minuten. Und vielleicht etwas mehr High-Level. Du machst Vertraulichkeitsanalysen, Architektur, Sicherheit. Was heißt das? Ja, das ist nett, die Frage, weil so ähnlich habe ich das ja schon im Video. Ich bin jetzt warm. Software-Architektur ist ja die Disziplin, die Software nicht irgendwie als Zeilen von Code sieht, auch nicht als irgendwie einzelnes Diagramm, sondern als eine Vielzahl von Sichten. Du hast irgendwie High-Level, steckst du irgendwelche Komponenten zusammen, du beschreibst sehr abstrakt das Verhalten eines Gesamtsystems. Also wir reden hier nicht von einem Programm, das Ordner ausliest und Dateien anzeigt, wie ich das ganz am Anfang von unserer Diskussion hatte, sondern wir reden hier von Facebook oder von einem Auto oder wir reden von Amazon, einem Online-Shop-System. Also von wirklich nicht trivialen, komplexen Systemen, wo man natürlich ganz viele Dinge betrachten muss. Auf welchen Servern liegt das? Wie sieht die Hardware aus? Wie ist das verdrahtet? Welche Garantien geben ja auch die Server-Anbieter? Also wir sind ja so ein bisschen Richtung AWS unterwegs. Oder ist es vielleicht besser, die Sachen doch lokal im heimischen Server im Keller liegen zu lassen? All diese Fragen sind ja durchaus spannend und was die Software-Architektur versucht, ist Antworten zu geben. Insbesondere unser Lehrstuhl, da sind wir ganz stark in der Simulation tätig. Das heißt, die Idee ist, dass du mit der Forschung, die wir haben, dein System modellieren kannst und dann so diverse Analysen drauflaufen lassen. Also diese What-If-Szenarien, das ist ein ganz großer Begriff. Das heißt, du sagst, okay, ich habe jetzt, wir haben das zum Beispiel mit 1&1, hatten wir das mal. Wir haben jetzt hier ein riesiges System, das hat eine krasse Last. Das gibt es vielleicht nur einmal, da gibt es keine Möglichkeit, sich schnell was einzukaufen, um dieses System so zu bauen. Und wie verhält sich das jetzt? Ich habe hier 100 Möglichkeiten, wie ich das deployen kann. Was ist denn die Beste? Und Architektursimulation kann dann zum Beispiel sagen, was ist zuverlässig? Was ist, wie ist die Performance? Weil die Software-Architektur ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, wie solche Qualitätseigenschaften sind. Das ist quasi die Baseline Software-Architektur und unsere Forschung. Und irgendwann, so von vielleicht 10 Jahren, so Größenordnung, wurde dann angefangen zu sagen, Performance-Eigenschaften sind schön und gut, aber man kann ja auch Sicherheit auf Architekturebene untersuchen. Und wenn man bei Sicherheit ist, ist man ganz schnell bei Privatsphäre und bei Vertraulichkeit. Also die Eigenschaft, die besagt, dass an meine Daten bitte niemand rankommen soll als ich. Also wenn wir darüber reden, so die Luca-App, wo Leute das Gesundheitsamt hacken, Daten auslesen können, theoretisch, wer weiß, oder Leute nachverfolgen können, wo du einkaufen warst. Das ist ein Vertraulichkeitsproblem und zwar ein architekturelles Vertraulichkeitsproblem. Und das ist so das große Themengebiet, wo meine Forschung ist. Und um das jetzt nach dieser, ich merke schon, es ist schwer, es ist wirklich schwer, das rüberzubringen. Ich habe bis jetzt noch nicht mal erklärt, was ich tue. Ich habe nur das Feld geebnet, um jetzt sagen zu können, was ich tue. Und jetzt stell dir vor, du entwirfst ein neues System oder machst Änderungen an einem vorhandenen System und du hast ja Anforderungen an die Vertraulichkeit. Du hast zum Beispiel eine DSGVO, die solltest du besser nicht brechen, sonst wird es richtig teuer. Weiß auch Facebook, by the way. Don't get me started. DSGVO habe ich auch schon öfter gehört im Berufsumfeld des Wortes. Und es gibt natürlich auch andere Anforderungen aus der naturischen Natur, technischer Natur. Und du hast diese High-Level-Anforderungen in die Vertraulichkeit. Und du hast irgendwie so einen Low-Level-Mechanismus wie Zugriffskontrolle. Wo du sagen kannst, diese Person mit der Rolle zum Beispiel Admin hat ein bisschen mehr Rechte als normaler Mitarbeiter. Das Sekretariat darf auf manche Vertragsdaten zugreifen, wo aber zum Beispiel der Hausmeister von seinem Terminal, wo er die Türen auf und zu macht, besser nicht darauf zugreifen soll. Das ist Zugriffskontrolle. Und meine Forschung ist jetzt Nummer eins. Hier komme ich von dieser High-Level-Anforderung von gesetzlicher Natur, die nichts mit einer technischen Umsetzung zu tun hat, runter zu dieser sehr präzisen Zugriffskontrollrichtlinie. Und Nummer zwei, wenn ich ein System entwerfe, dann weiß ich ja noch gar nicht alles. Also man spricht hier von Ungewissheit. Von Dingen, die man entweder noch gar nicht weiß, dass man sie nicht weiß. Das ist eine zweite Ordnung von Ungewissheit. Oder von denen man weiß, dass man sie nicht weiß. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wo mein System am Schluss deployed wird. Aber ich möchte gerne jetzt schon Annahmen machen können über die Vertraulichkeit in Zukunft. Das ist die erste Ordnung von Ungewissheit. Und das in diesen Verfeinerungsprozess von dieser High-Level-Anforderung hin zur konkreten technischen Umsetzung mit reinzubringen, das ist meine Dissertation. Ja, ich fand, das war relativ rund. Also man merkt die Übung. Und das klingt natürlich total spannend. Das klingt sehr relevant. Vertraulichkeit und Privatsphäre ist natürlich etwas, mit dem Systeme wie Facebook sehr, sehr, sehr viel zu tun haben. Ich habe sehr viel mit, bei uns passiert unwahrscheinlich viel Arbeit. Man denkt ja vielleicht immer, diese Firmen, denen ist alles egal und da passiert nichts. Aber es ist fast anstrengend, muss man ein bisschen sagen. Weil natürlich die Firmen sonst, diese Silicon Valley Firmen haben sonst diese sehr, naja, Bottom-up-Struktur. Man kann irgendwie an Projekten arbeiten, wie man will. Man kann coole Sachen machen. Und es kommt relativ wenig Druck vom Leadership. Aber es kommt relativ viel Druck von der Politik. Das ist eigentlich das, wo die flachen Hierarchien dann gebrochen werden, weil es die Anzahl kommt. Wir müssen jetzt unbedingt daran arbeiten, dieses oder jenes zu machen und diese oder jenen Daten zu schützen und extra Hürden und Mauern einzubauen, um ein Bußgeld zu vermeiden im Endeffekt. Und das ist natürlich sehr spannend, da die Forschungssicht zu sehen. Ich frage mich, wie ist so ein Iterations-, wie lang sind die Iterationszyklen, wie lang ist quasi der Weg zur Praxis in dieser Forschung? Es gibt ja, Informatik hat da sowieso manchmal so ein bisschen so eine Sonderstellung, weil sie praxisnäher ist vielleicht als manche andere Disziplinen. Also es gibt, in der reinen Mathematik gibt es schon Forschung, wo man, die Grundlagenforschung hat natürlich ihre, absolut ihre Berechtigung. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man diese Freiheit hat zu forschen. Aber es gibt da sicher ganz viele Sachen, an denen geforscht wird, die auch in den nächsten 200 Jahren keinen Einfluss auf irgendwas anderes haben werden in der echten Welt. Und in einer absoluten Fantasie, mathematischen Fantasiegebäude in irgendwelchen höheren Dimensionen stattfinden. In der Informatik ist das Ganze, fühlt sich das Ganze oft so ein bisschen echter an, weil es um so Begriffe wie Software und Architektur und Computer und Systeme geht. Was, wie ist deine Einschätzung? Also ihr schreibt jetzt diese Paper, ihr findet da was Neues raus. In diesem Bereich, wie eng ist das an der Praxis? Wie, was passiert dann in der Industrie? Wie gehen die dann hin und sagen, hey, das ist cool, das implementieren wir jetzt? Wie funktioniert das? Also tatsächlich bin ich echt weit von entfernt. Das ist universitäre Grundlagenforschung. Also ich meine, also das hört sich jetzt einfach an, wenn ich darüber rede, aber in Wirklichkeit nutzen wir dann formale Methoden. Wir haben dann formale Code-Verifikationen, wir haben Markov-Ketten, wir haben logische Programmiersprachen, wir haben Petri-Netze, wir haben Graph-Strukturen. Also wir haben all den Kram, wo Studis gerne wegrennen. Ich inklusive, ich war in Prolog ganz schlecht im Studium und da habe ich meine Masterarbeit drin geschrieben. Also das ist, es ist schon dieser, dieser abgefahrene, coole Informatik-Theorie-Kram. Kurz vielleicht für die Zuschauer, Prolog ist eine sehr besondere Programmiersprache, eine Logik-Programmiersprache, mit der man, die so ein bisschen so wirkt, als wäre sie erfunden worden, um Einstein-Rätsel zu lösen. Man programmiert nicht wie in anderen Sprachen, sondern man schreibt logische Fakten auf und das Programm passiert ein bisschen magisch im Hintergrund. Jetzt kannst du dir vorstellen, die Vertraulichkeitsanalyse, die schon existiert bei uns, die transformiert eine Software-Architektur in ein Prolog-Programm. Und meine Masterarbeit war, eine DSL, also eine eigene kleine Programmiersprache zu bauen, wo Anforderungen, also quasi Ziele für dieses Prolog-Programm formuliert werden. Das heißt, am Schluss aus meiner DSL werden auch ein paar hundert Zeilen Prolog rausprogrammiert. Und dann gibt es Solver, die das lösen und auch ein wesentlicher Beitrag, also ich habe das ja dann auch veröffentlicht als Paper bei der XA, dass das wieder zurücktransformiert wird. Weil das auch überhaupt kein triviales Problem ist, sondern so eine logische Programmiersprache hast, die du am Schluss zurückgibst, ja hier ist eine Lösung gefunden. So, eine Lösung heißt ein Vertraulichkeitsproblem. Und jetzt erzähl mal dem Architekten, was das bedeutet. Also gerade die Stelle, wo ich jetzt forsche, ist so zwischen den Disziplinen ein bisschen. Software-Architektur, Software-Technik, aber auch formale Methoden und dann noch dieser Sicherheitsbezug. Ich habe Sicherheit immer unglaublich spannend gefunden, aber halt nie auf dem Low-Level. Also ich hatte auch Vorlesungen besucht, so zu Verschlüsselungsalgorithmen. Die habe ich allesamt nicht prüfen lassen, weil ich das einfach nicht geblickt habe. Aber ich finde es super spannend, auf einem High-Level darüber nachzudenken, wo welche Informationen wie verschlüsselt sein müssen, damit sie nicht gebrochen werden können. Und zwar, wenn jemand mit den Rechten dann irgendwo anders drauf zu. Also das ist, auf einem hohen Level ist das wieder super spannend. Aber es ist, um deine eigentliche Frage zu beantworten, schon weit weg von konkreten Systemen jetzt. Also ich habe zu wenig Erfahrung, um dir sagen zu können, wie viele Jahre oder Jahrzehnte das brauchen wird, bis das in der Realität angekommen ist. Ich sehe, dass die Forschung, die bei uns vor 10, 20 Jahren gemacht wurde, durchaus jetzt, also auch in Kooperationen natürlich genutzt wird. Und es ist auch nicht üblich in unseren Forschungsprojekten, dass wir auch Industriekooperationen haben, wo wir zum Beispiel natürlich im Südwesten sind Autobauer ganz groß, klar. Und Autobauen passt sehr gut zu modellgetriebener Softwareentwicklung, was ja auch nah an der Softwarearchitektur ist, ist wieder Disziplin gesehen. Das ist natürlich eine Sache, also es ist nicht so, als würden wir in einer Blase leben. Und natürlich geht es insbesondere so, wenn man dann die Forschung plant. Das bekomme ich natürlich als einfacher Doktorand kaum mit. Aber man guckt natürlich immer, dass das keine, man sagt ja immer, Elfenbeinturmprobleme sind, wo wir sitzen. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja wenig Praxiserfahrung. Klar, ich habe mal für ein paar Open-Source-Projekte ein paar Architekturen so gebaut, aber ich war nie in meinem Leben Softwarearchitekt. Aber jetzt promoviere ich da drin. Manchmal komme ich mir schon ein bisschen vor wie in einem Elfenbeinturm. Spannend. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, als du Petrin jetzt gesagt hast, war mir sofort klar, okay, völlig theoretisch, nichts mit der Echten selbst zu tun. Und ich habe meine Bachelorarbeit in Petri-Netzen geschrieben. Also es ist schon natürlich sehr theoretisch. Aber das ist ja auch irgendwie das Spannende und Attraktive an der Informatik, dass man diese ganzen Abstraktionsebenen hat. Wie in fast, glaube ich, keinem anderen Bereich kann man so weit und so beliebig rein- und rauszoomen. Und letztlich beschäftigt sich der Softwarearchitekt oder dann vielleicht noch der theoretische Informatiker oder Mathematiker dahinter oder eben der Programmierer. Und ob das da, die beschäftigen sich ja alle mit ähnlichen Systemen, aber auf eben ganz unterschiedlichen Ebenen. Und selbst in der Programmierung ist da die Frage, also einige schreiben in sogenannten High-Level-Programmiersprachen und überlegen eher so logisch, was so in dem Programm passieren soll. Und andere beschäftigen sich wirklich mit dem, was der Computer da machen soll und Low-Level und Compiler-Bau und all diese spannenden Themen, dass die sich ja aber letztlich alle um die gleichen Systeme immer wieder drehen. Das ist schon spannend, wie das alles zusammenhängt und du hast dir da deinen Bereich ausgesucht mit der Architektur und da freue ich mich sehr drauf, dass wir das in längerer und ausführlicher Version und ob das jetzt einstündige oder 15-minütige Videos werden, auf deinem Kanal beobachten dürfen. Sehr, sehr spannend. Ja, also Informatik wirklich, du hast es sehr treffend beschrieben. Eigentlich ist es, also es ist auf der einen Seite, wir sind ja auch disziplinarisch ganz cool aufgestellt, irgendwie ist das mathematisch, naturwissenschaftlich so mit drin. Es ist Mathe zum Anfassen, habe ich mal gehört. Also hat da viele Bezüge. Deswegen, also ich finde es auch angemessen, so viel Mathe am Anfang auf Studien zu haben, weil dieses abstrakte Denken braucht man in der Informatik. Vielleicht nicht mehr die, jetzt brüche ich irgendwie so einen coolen Begriff, die Jordan-Normalform von der Matrix braucht man vielleicht nicht unbedingt sein restliches Studium. Ich hoffe, das war jetzt richtig und Mathematiker hassen mich jetzt nicht. Aber das Denken darüber durchaus. Und dass man sich eben, also gerade wenn man sich spezialisieren möchte, eben quasi eine Abstraktionsebene raussucht. Compiler-Bau fand ich auch immer unglaublich spannend, aber ich wollte keine, also wir haben natürlich auch einen Lehrstuhl für Compiler-Bau und ich wollte nicht die Compiler-Bau-Fragestellungen klären. Stattdessen habe ich aber eine DSL gebaut in meiner Masterarbeit und habe auf einmal Sachen aus dem Compiler-Bau wieder gebraucht. Also eine ganz andere Ecke, eine ganz andere Disziplin und dann kommt das wieder rein. Und dann eben, wo ich schon von Disziplinen rede, eben auch die andere Richtung. Irgendwie sind wir auch Ingenieure. Also bei uns werden auch üblicherweise zwei Doktorgrade vergeben. Entweder man macht einen Rehanat, also einen Naturwissenschaftler, oder man macht einen Dr. Ing, also einen Ingenieurswissenschaftler. Informatik hängt da so zwischendrin und trotzdem, und das hast du ja auch schon gesagt, ist das irgendwie alles virtuell. Man braucht ja wirklich nicht mehr aus irgendwie, also man braucht ja nicht mehr einen PC. Du kannst ganz viele Sachen mit Stift und Papier umsetzen. Und auch die Sachen, die ich jetzt aktuell erforsche, das darf man keinem sagen. Aber ich habe jetzt im letzten Jahr in Promotion nicht mal 100 Zeilen programmiert. Wenn ich code, ich code viel, aber halt in meiner Freizeit, auf Twitch oder für YouTube-Videos. Im Job, das ist alles, also ich stehe am Whiteboard und denke über die Natur von Ungewissheit nach und darüber, wie Vertraulichkeitsanforderungen definiert sind. Und mal dann, dann weiß ich irgendwie, dann verschwindet die Zeit. Und eine Stunde später hast du auf einmal einen riesen fetten Graphen, der sich nur so halber ein UML hält an der Tafel. Und ganz viele Gedanken, wie man hier Dinge machen könnte, die noch nie gemacht wurden. Also Informatik wirklich so als Gedankenkonstrukt, als was zum drüber nachdenken, ist unendlich spannend. Ja, und das ist eben das Schöne, dass man sich seine Abstraktionsebene aussuchen kann. Das kann man auch, wer das so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr nachvollziehen möchte. Ich habe, du hast Verschlüsselung gesagt, ich habe zum RSA-Verfahren ein Video gemacht. Und da erzähle ich auch relativ lang erstmal so High-Level, einfach wie Verschlüsselung funktioniert und was asymmetrische Verschlüsselung sind, die ja einfach unglaublich, was ja auch einfach unglaublich krass und wunderbar und überraschend ist, dass es überhaupt geht. Ich kann dir was schicken und ich kann das verschlüsseln, obwohl wir uns noch nie gesehen haben und uns nicht auf ein Passwort geeinigt haben. Das ist ja absurd, schon fast. Hätte man nicht geglaubt. Sehr überraschend, dass das geht. Und das kann man, warum das überraschend ist und wie das gehen kann, das kann man verstehen bis zu einem gewissen Grad, indem man Bilder malt und Pfeile und kleine Kästchen und muss gar keine Mathematik machen. Aber wenn man dann ganz genau wissen will und reinzoomen will und verstehen will, wie funktioniert das denn jetzt wirklich in der Praxis, dann geht man rein und schreibt mathematische Formeln. Und in denen ist dann natürlich wieder eine ganz starke Vereinfachung, wo man sagt, ich will immer nur eine Zahl senden. Und wie kommt es jetzt von da, bis ich dann wirklich eine verschlüsselte E-Mail schreiben kann? Das ist dann wieder das gleiche Problem, aber wieder nochmal reingezoomt in den nochmal technischeren Bereich. Und das ist das Schöne, dass der eine sich da ganz unterschiedliche Leute vielleicht mit beschäftigen, mit genau der gleichen Fragestellung. Wir wollen verschlüsselte Daten übertragen. Aber der eine schreibt den ganzen Tag Programme, der andere macht ganz viel Mathematik und der nächste überlegt sich Strukturen, malt Pfeile, malt Boxen und überlegt sich, wie das überhaupt strukturell passt. Und letztlich dreht es sich um die gleiche Fragestellung. Und da findet dann auch jeder so ein bisschen seinen Platz. Deswegen ist es ein relativ flexibles Fach und mit relativ flexiblen Anwendungs- und Austobmöglichkeiten. Das ist immer ganz schön. Ich möchte das noch eine Stufe schlimmer machen, also als du das gerade schon beschrieben hast. Ich mache, also bei uns gibt es jetzt ein Institut, Kastell, wo wir halt uns um Sicherheitsforschung im Allgemeinen, also eben die ganz, diese verschiedenen Disziplinen, der eine macht das, der andere macht das. Und wenn man jetzt seiner Beschreibung folgt, könnte man sagen, okay, aber eigentlich unterhalten wir uns ja über dieselben Dinge. Zwar der eine schubst Zahlen hin und her und der andere, der versteht die Zahlen nicht, kann aber Architekturdiagramme malen, hallo. Aber eigentlich machen wir dasselbe. Und selbst da ist die Welt immer noch so groß, dass wir am Anfang Verständnisprobleme hatten, weil wir, obwohl wir alles Informatiker waren und sogar alle Informatiker von derselben Uni, also wahrscheinlich auch dieselben Grundlagenverlesungen gehört haben, dieselben Begrifflichkeiten gelernt, es nicht geschafft haben, uns zu verständigen. Wir haben erst mal ganz viel aneinander vorbeigeredet. Weil was für mich irgendwie eine Vertraulichkeitsverletzung ist, ist für jemand anderes ein Side-Channel-Attack. Und für jemand noch was anderes ist das dann ein Boolean. Also selbst wenn du dann Forscher hast, die ja wirklich Cracks auf ihrem Gebiet sind, sogar da muss man sich erst mal auf Begriffe einigen von so ganz labitaren Sachen, so was wie eine Blackbox. Es gibt so viele verschiedene oder Komponente. Da braucht man gar nicht drüber reden. Es gibt so viele Leute, die Komponenten nutzen wie Definitionen von Komponenten, glaube ich. Man hat sich irgendwann mal drauf geeinigt, das Einzige, was wirklich all diese Definitionen von einer Komponente gemein haben, ist, dass Komponenten komponierbar sind. Alles darüber hinaus ist noch nicht festgelegt. Ja, wenn das schon den Informatikern so geht, wie soll das dann den Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern gehen? Man würde ja denken, dass Informatik vielleicht noch relativ universell und international ist als Sprache. Vielleicht nicht ganz so wie die reine Mathematik. Die haben vielleicht hoffentlich weniger Verständnisprobleme, auch wenn es da bestimmt auch unterschiedliche Begrifflichkeiten und Definitionen gibt. Aber ja, da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn sich Juristen aus verschiedenen Ländern treffen, die da sicher ganz andere Vorstellungen haben von Recht und Unrecht. Das hat mich gerade auch auf eine andere Sache gebracht. Das war auch noch eine interessante Fragestellung. Warte mal. Ich hatte gerade noch so ein weiteres Beispiel, was so mindblown war für mich. Aber ich habe es gerade wie vergessen. Von was hatten wir es gerade? Wir hatten darüber geredet, verschiedene Begriffsdefinitionen, verschiedene Verständnis von den Sachen. Ich komme nicht mehr drauf. Schade. Wir können einfach das Thema wechseln. Und wenn es dann plötzlich nicht wieder trifft, dann schneiden wir es da plötzlich wieder dazwischen. Lass uns ein bisschen über deine Musik sprechen. Ich sehe die ganze Zeit dein Klavier im Hintergrund. Du hast... Du siehst das. Oh, Spoiler. Das sieht man gar nicht. In der richtigen Kameras Perspektive ist das weg. Also da. Gut. Du sagst Spoiler. Ich dachte schon, ich hätte es verraten. Es gibt irgendwie ein großes Klavierentfüllungsvideo und so weiter. Nee, ich sehe hier einen ganz spannenden Ausstand. Ich sehe ein Gengar-Pokémon ganz links, ungefähr soweit kann ich gucken, im Regal. Und ganz rechts sehe ich das Klavier. Und du hast aber ja auch erwähnt, du hättest Musik in Erwägung gezogen. Vielleicht als zweite Wahl, wenn es jetzt nicht Informatik gewesen worden wäre. Und bist ja offensichtlich begeisterter Musiker. Du hast einen Musik-YouTube-Kanal. Du hast dich gut informiert, du. Der auf deinem Hauptkanal nicht mal verlinkt ist. Das ist ja also ein verdeckter Zweitkanal. A Cat Stole My Trucks heißt dieser YouTube-Kanal. Und da wird so im Abstand einiger Jahre immer ein Video veröffentlicht. Und da hast du ganz, ganz interessante Songs. Ich fand diesen Song Run zum Beispiel ganz cool. Du spielst selbst Gitarre, Bass, Keyboard und Gesang machst du auch. Und das ist irgendwie alles zusammen. Und es ist eine ganz interessante Komposition. Und du hast da einen Remax mit Boy in a Band, dem YouTuber am Start, wie er läuft, sagt. Und ich bin dann in so einen YouTube-Rabbit-Hall geraten, als ich das alles gefunden habe. Und dachte, ich kenne doch den Typ Boy in a Band. Wer ist das? Und dann habe ich gemerkt, das ist der Typ, der für T-Series, der hat ja selbst auch einen großen YouTube-Kanal, der für PewDiePie mit seinem Congratulations-T-Series-Video diesen Song gemacht hat. Und auch in diesem Musikvideo ist. Und mit dem hast du jetzt diesen Remax gemacht. Das musst du, diese ganzen Fäden musst du irgendwie mal für mich zusammenbringen. Und was das für ein altes YouTube-Projekt da von dir ist. Ich mache hin und wieder den Witz, dass mein Podcast fast so regelmäßig kommt wie meine Musikvideos. Was ich tatsächlich im Angebot habe, was du jetzt nicht siehst, aber der Ausschnitt quasi, der ins Video kommt, da sieht man auch mal Bass und Gitarre. Also ich tausche so ein bisschen hin und her. Boah, wie ist das eigentlich gekommen? Ich habe Klavier gespielen gelernt mit fünf, sechs Jahren oder so. Da habe ich angefangen. Also ganz normal Unterricht. Das war auch das, was ich dann im Abi gemacht habe. Ich hatte dann die Wahl. Ich konnte ja nicht Informatik im Abi als Hauptfach nehmen, weil in Baden-Württemberg ist Mathe und Deutsch verpflichtend, glaube ich. Und auch eine Fremdsprache. Das heißt, wenn dein viertes Fach, ich kriege es nicht mehr zusammen. Also auf jeden Fall konnte ich irgendwie nicht Informatik machen, so als Hauptfach. Also hatte ich Physik und Musik. Und habe mich dann recht schnell auch wirklich entschieden, ich möchte mal in meinem Abi Musik machen. Habe zu der Zeit wöchentlich Unterricht gehabt, klar. Also Klavier ist quasi das einzige Instrument, was ich jemals richtig gelernt habe. Also alles andere kann ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe mich irgendwann in der Schule halt angefangen, erst für Linkin Park und dann immer härtere Musik, irgendwann Hard Rock, irgendwann Metal zu interessieren. Und ja, ich hatte damals noch einen anderen Kollegen, den sieht man auch in den Videos, genau diesen besagten Musikvideos. Und wir haben halt zusammen Musik gemacht. Also einfach nur mit ganz einfacher Software Mucke gemacht. Unser erstes Song hieß Löwenzahn. Und da haben wir aus dem Löwenzahn die Melodien, dieses haben wir halt einen Metal-Song gemacht. Und das war irgendwie cool. Und dann habe ich das weiter verfolgt. Das ist ja in der Frequenz von diesem YouTube-Kanal so selten. Habe mir erst Gitarre ein bisschen spielen beigebracht, habe mir Bass ein bisschen spielen beigebracht, mixen fand ich natürlich ganz spannend. Ich habe auch tatsächlich schon ein bisschen Musik gemacht, bevor YouTube kam. So habe ich lustigerweise, eventuell hat das meine Karriere nachhaltig verändert, weil ich durch meine Mikrofon-Erfahrung Dena kennengelernt habe. Dena Felix von der Laden, so einer der bekannten YouTuber heute in Deutschland. Und der hat mich dann ins Megaprojekt, also ins erste große Minecraft-Projekt, wieder reingeholt. Also hätte ich damals nicht Musik gemacht, wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also auch wieder so ein ganz komischer Zusammenhang. Über die Zeit, wo es leider weniger. Also ich habe zwar noch ein paar unveröffentlichte Sachen und jetzt mittlerweile mache ich auch wieder mehr Musik. Also ich habe schon so einen halbfertigen Song, habe ich tatsächlich gerade auf Platte liegen. Aber zwischenzeitlich hat halt, es ist auch mein YouTube-Name, Skate-Streme 2 kommt vom Skaten. Ich muss ehrlicherweise sagen, YouTube, damals jeden Tag vier Videos hochladen an der Spitze, hat meine anderen Hobbys gekillt. Also erst jetzt, wo ich versuche, so ein bisschen Ordnung in mein Leben zu bringen. Erst jetzt habe ich wieder angefangen, regelmäßiger Musik zu machen. Ich muss dazu sagen, meine Frau ist jetzt gerade in den letzten Zügen ihres Musikstudiums. Also ich bin auch da sehr nah an der Musik und fand das einfach cool. Also ich kann keins der Instrumente außer Klavier richtig so und auch Klavier spiele ich lange nicht mehr so gut wie früher. Aber ich habe das als Herausforderung gesehen, trotzdem meine eigenen Songs zu produzieren. Und das mit Boy in a Band, es gab damals einen deutschen YouTuber, der hieß Cookie Breed. Der war so der Metal-YouTuber in Deutschland. Also er war irgendwie sogar der Einzige mit wirklich Reichweite. 100.000 Abonnenten damals als Metal-Musiker. So, hä, wie kann denn sowas eigentlich passieren? Und der hat viel mit Boy in a Band gemacht. Also da gibt es auch etliche alte Musikvideos. Und ich hatte halt mit dem öfters mal geschrieben, weil der irgendwann Let's Plays gemacht hat und ich ihm erzählt habe, wie Let's Plays gehen so ungefähr. Und dann kannte ich irgendwie Cookie Breed. Und als dann Cookie Breed was mit Boy in a Band gemacht hat und Boy in a Band das cool fand, Deutsch zu sprechen und gesagt hat, läuft, da habe ich diesen Remix gemacht. Das ist die Überleitung dazu. Hm, spannend. Und Boy in a Band hat dieses Video dann auch kommentiert, was ansonsten ja völlig underrated ist, weil du es ja nicht wirklich gepusht hast. Du hast es so da auf YouTube hingestellt und es ist so ein Hidden Jam. Und wer es findet, der findet es. So hat man den Eindruck. Oder hast du Pläne mit deinem, vielleicht deinem nächsten Song, der jetzt gerade schon in der Pipeline ist, da groß rauszukommen? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß das immer noch nicht, auf welchen Kanal ich den jetzt hochladen. The Cat's Don't My Trucks ist eigentlich seit immer schon tot. Er wurde ja quasi ein Jahr aktiv gepflegt und seitdem ist er tot und ich lade alle drei Jahre gefühlt was hoch. Ich würde aber immer noch dazu bleiben, dass wirklich Musik ist ganz bewusst kein Hobby, was ich groß in die Welt trage. Weil das ist auch so eine Sache, die ich auf YouTube erst lernen musste. Wenn du halt alles veröffentlicht, was du machst, dann machst du nichts mehr einfach so. Und auch das hängt irgendwie dann wieder, da schließt sich der Kreis mit dem Video zusammen, was ich hochgeladen habe, wo ich gesagt habe, ey, jetzt mache ich wirklich einfach nur noch so. Weil dieser Druck ist natürlich auch irgendwo da. Und wenn du dann viele Versprechungen machst und so, vielleicht kommt der Song auch erst in fünf Jahren. Vielleicht bringe ich auch einfach irgendwann ohne den König eine EP raus. Das ist auch noch so ein großer Traum, den ich mit mir rumtrage irgendwann mal. Es muss ja kein Album sein, so fünf Songs oder so, das ist ja schon geil. Aber vielleicht mache ich das auch erst in 20 Jahren. Wer weiß das schon, vielleicht mache ich es auch nie. Ich sehe, ich sehe, der große Cliffhanger hier. Der große Cliffhanger. Aber spannend, dass du in Erwägung ziehst. Und ich meine, du hast ja jetzt diese Narrenfreiheit, die er erkauft mit dem Video. Ist sogar vielleicht auf dem Skate702-Kanal hochzuladen, der wahrscheinlich ein größeres Publikum hat. Genau weiß man es nicht. Denn, das ist mir aufgefallen, du zeigst dir deine Abozahlen gar nicht. Also, es gibt, ich weiß nicht, ob ich einen anderen großen YouTube-Kanal kenne, der die nicht zeigt. So können wir erst mal kurz darüber reden, wie meisterhaft diese Überleitung war. Also, man weiß ja nicht, wie viel Reichweite auf euren Händen. Chapeau für die Überleitung. Früher würde man sagen, du hast bei LeFloid gelernt. Heute ist es erst so bei LeFloid. LeFloid-Tipps gelernt, was Überleitung angeht. Ja, ich habe es ausgemacht. Das war schon vor zwei, drei Jahren. Also, die letzte Abonnentenzahl, die man von mir öffentlich gesehen hat, war 203.000 noch irgendwas. Das ist die letzte Zahl, die ist drei, vier Jahre alt. Sehr präzise. Mysterium. Ja, ich habe mir das ja gemerkt. Das war irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es. Mir ist die Entwicklung egal. Und das ist tatsächlich relativ zeitgleich mit der Entscheidung, mit Let's Plays irgendwann mal aufzuhören. Die trage ich seit drei Jahren mit mir rum. Und deswegen, also es ist wirklich die spannendste Zeit für dieses Gespräch jetzt gerade, weil das letzte Let's Play nach unserem Gespräch morgen rauskommt. Vor einem Jahr habe ich mein Studium beendet, habe jetzt einen neuen Job. Ich habe das so viel mit mir rumgetragen. Also auch diese Szenen, die du ja gesehen hast, wenn du dir das Video genau angeguckt hast, die sind ja von meiner ersten Wohnung, als ich angefangen habe zu studieren. Und schon da habe ich gedacht, ey, ich könnte eventuell in drei, vier Jahren in der Zukunft so ein Video machen. Und dann wäre es doch geil, so eine Szene zu haben. Also so lange trage ich das mit mir rum, dass ich eigentlich langfristig was anderes machen möchte. Ja, das ist mir gar nicht aufregend. Das ist natürlich spannend, dass du das wirklich so, so lange schon sich das, der Vorbote sich da angekündigt hat in der Vorbereitung. Das ist eh, das finde ich immer beeindruckend. Ich habe eigentlich schon ewig Lust, aber wenn es so Jahre im Voraus ist, dann setzt man sich doch irgendwie nicht dran, weil die Belohnung soweit in der Zukunft ist. Mich hat das immer beeindruckt, dass MrBeast, der YouTuber, der bringt ja ab und zu mal so Videos raus, die er vor fünf, zehn, sonst wann Jahren aufgenommen hat. Das hat auch irgendwie was. Das ist so ein Tor in eine andere Welt, wie da der MrBeast mit irgendwie weniger als tausend Abonnenten oder so auf YouTube ein Video macht, das jetzt einfach erscheint, weil er das damals geschädelt hat. Also dieses Maß an Voraussicht, das ist schon spannend. Und da denke ich immer, das müsste ich auch mal machen, aber man setzt sich dann irgendwie doch nie ran, weil man ja erst in fünf Jahren was davon hat. Und da sind wir halt nicht gestrickt. Bei mir ist Voraussicht das falsche Wort. Also Unsicherheit trifft sehr viel mehr. Das ist nicht, dass ich vor drei Jahren einen Masterplan geschmiedet hätte und ihn jetzt endlich in Tat umsetze, sondern ich habe drei Jahre gebraucht, um mir sicher zu sein, dass ich das eigentlich machen möchte. Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß das immer noch nicht. Also ich möchte es nicht klingen wie so ein alter Opo, aber nach elf Jahren Let's Plays, die Let's Plays-Szene gibt es erst seit zwölf Jahren in Deutschland. Das ist einfach so, wenn du das, ich habe mit 16 angefangen, jetzt bin ich 27. Wenn du das so lange machst, irgendwie also sich da sicher zu sein, dass du auch deine gesamte Reichweite aufs Spiel setzt, weil es könnte ja auch sein, dass doch nicht jeder, der damals Redstone in Minecraft, also für alle, die Minecraft nicht kennen, so In-Game-Logic-Gates, wenn man so möchte. Es könnte ja doch sein, dass nicht jeder, der das damals geil fand, jetzt Informatiker wird. Also ich habe mit mir viel selbst gebangt, ob mir das es wert ist, alles aufs Spiel zu setzen. Und ich setze das ja immer noch aufs Spiel. Leute kennen mich eigentlich als Let's Player und Gaming-YouTuber. Und erst durch meinen Podcast und jetzt so ganz langsam versuche ich mich hier, was ganz Neues, ist aber mal auf den ganzen Zeithorizont bezogen, bin ich gerade Anfänger Informatik-YouTuber. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß gar nicht, wo das hingeht, ob ich das durchhalten kann, ob meine Videos eigentlich furchtbar langweilig sind. Das ist alles, alles vollkommen mögliche und akzeptable Lösungen für das Problem. Aber ich habe es dann irgendwann die Entscheidung auch endlich mal treffen müssen. Und da sitzen wir jetzt eigentlich jetzt, gerade in diesem Moment. Und es ist, weil ich ja nicht weiß, wann ich jetzt hochreise, es ist der 9. August für die Zuschauer. Und morgen am 10. erscheint dann also vorerst das letzte Let's Play Video. Und wo in die Reise geht, das weißt du nicht. Aber das ist ja auch das Spannende und das Schöne daran. Und du weißt ja, warum du diese Entscheidung triffst. Und es ist ja nicht so, dass es nicht ersetzt wird, sondern du machst was Neues und fängst ein neues Kapitel an. Und wir heißen dich natürlich willkommen in den Rängen der Informatik und vielleicht eher gesagt Diversity YouTuber. Und man muss ja sagen, diese Videos, die du gemacht hast zum Informatikstudium, die sind ja gut angekommen. Die Leute fanden das spannend, interessant. Und da würde ich mir jetzt also nicht so die Sorgen machen. Das ist ja auch der Vorteil, muss man sagen, auf YouTube, wenn man seinen Kanal doch so relativ allgemein branded und sein Gesicht zeigt und seine Persönlichkeit zeigt. Du als eine Let's Play-Persönlichkeit ist aber eben immer noch ja eine Persönlichkeit. Und du bist ja eben nicht nur irgendein Let's Player, sondern du bist Sebastian Haner, du bist Skate702. Und man sieht ja an diesen anderen Videos zum Informatikstudium zum Beispiel, dass es die Leute eben dann schon interessiert, was du dazu sagst. und wir werden bestimmt auch mit sehr, sehr viel Spannung beobachten und verfolgen, was du im Bereich Wissenschaftskommunikation und was dir sonst Spaß macht, vielleicht dem neuesten Musiksong auf deinem Hauptkanal, wer weiß, oder der neuesten AP, da noch Großes bewegen wirst. Sebastian, ich finde das Ganze gerade relativ rund. Ich weiß, wir haben ganz viele Themen, über die wir noch sprechen könnten. Wir sind ungefähr bei der Länge meines Podcasts und ich glaube, es muss auch nicht die letzte Folge sein. Ich würde mich gerne weiter und tiefer und über mehr Themen mit dir unterhalten. Aber vielleicht machen wir hier, finden wir hier ein, schlagen wir hier den Bogen. Ich finde, das war sehr schön, vorfreudig, die Spannung knistert. Gerade jetzt habe ich dich zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Ein neues Kapitel bricht an und vielleicht machen wir irgendwann in ein paar Monaten nochmal ein Check-in und gucken, was wir jetzt alles vergessen haben und gleich fällt dir wieder ein, was du noch sagen wolltest und ich gucke auf meine Liste und denke, oh mein Gott, über diese ganzen Themen wollte ich noch sprechen und dann kommen die ganzen Kommentare rein und dann machen wir irgendwann ein Check-in und gucken, wie der Wissenschaftskommunikations- slash Musikkanal slash, was auch immer er dann ist, Scale 702 dann läuft. Du hast leider recht. Also runder könnten wir das glaube ich nicht machen. Aber es gibt noch so viele spannende Sachen, so die Lehren, die man eigentlich nach einem Jahr Promovieren rauszieht oder wie das jetzt eigentlich ist, so bei Facebook zu arbeiten versus zu promovieren oder wie das eigentlich so aussieht mit Informatik-Videos neben dem Job. Also es gibt, es gibt noch so ein paar Sachen, um das mal so ein bisschen anzuteasern, die ich auch noch auf meiner Liste habe. Aber ich sehe das natürlich ein, dass man das nicht unglaublich in die Länge ziehen muss, aber wir können da gerne nochmal drüber reden. Und das werden wir und vielleicht kann man das hier auch gleich als Griffhänger und Ankündigung machen. Ich habe dich jetzt nicht darauf vorbereitet, aber ich werde zum Beispiel, ich bin ja eigentlich in London, aber ich werde im Oktober zum Beispiel relativ viel Zeit, wahrscheinlich den ganzen Oktober in Deutschland verbringen, durch Deutschland fahren, ganz viele Sachen aufnehmen, Leute kennenlernen. Dann oder sonst mal in der Zukunft vielleicht lade ich mich mal bei dir ein und dann nehmen wir mal lokal was auf und führen dieses Gespräch weiter und haben dann ein Follow-up mit, indem wir die ganzen Fragen, die sich jetzt hier heute ergeben haben und die bestimmt kommentiert werden, beantworten und indem wir über diese ganzen gerade angedeuteten Themen dann ausführlich sprechen werden. Sehr gerne. Sebastian, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr spannend, freut mich, dass du dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Sebastian Harner, meine Damen und Herren, aka Skate702, ein Urgestein der Minecraft-Youtuber-Szene und gleichzeitig ein Newcomer der Bildungs-Youtuber-Szene. Bei jeglichen Fragen, Sorgen, Nöten und Anträgen meldet euch wie immer gerne in den YouTube-Kommentaren, ansonsten macht es gut. Das war Niklas und Konsorten und wir sehen uns nächste Woche. Untertitelung des ZDF,